hallo und herzlich willkommen zu zocken mit dem sammler heute haben wir ein märchen quiz das heißt also wir haben diese woche jetzt schon das zweite themen quiz und morgen ist ja dann das letzte mal in dieser season wenn wir so wollen vor der sommerpause was ist das denn hier jetzt haben sie gerade umgestellt auf noch fünf minuten na wir lassen jetzt einfach mal auf wichtig wäre für mich die frage wenn jetzt die sommerpause vorbei ist sollte ich dann dieses format auch noch weiterführen oder sagt ihr das war eigentlich mist was hat euch an meiner umsetzung gefallen war es eher nicht so schreibt mir das mal in die kommentare vielleicht kann ich ja dann noch mal einen weg finden das in irgendeiner weise zu verbessern und dann werden wir weitersehen ob dir vielleicht noch andere themen wünsche die ich dann in meinen videos aufgreifen könnte naja dann wollen wir mal gucken wann dieses quiz denn nun heute startet oder ob sie das jetzt wieder auf 35 stellen ich glaube das hatten wir so auch noch nicht heute hatten wir wieder einen ziemlich warmen tag zwar nicht ganz so heiß wie teilweise die letzten tage aber auch schon ziemlich warm heute hat es auch schon minimal geregnet hey grupper uff julia 0391 erste was zweiter trotzdem seid gegrüßt viel zu spät stimmt nicht zwei minuten zu spät wir hatten ein bisschen server linksbums probleme aber passt alles hallo hallo äh winston du hast ein gutes auge auf den chat falls um was interessantes kommt wie immer wie immer das äh bitte papa oli grüßen mache ich doch gerne grüß an alicia grüß aus hamburg grüß aus kiertorf zu spät ja das waren 1-2 minuten das war nämlich weil der server nicht lief und äh da kommen gleich noch ein paar infos zu unserem quiz was in zukunft passieren wird erzähle ich euch alles gleich hat jemand von euch das deutschland spiel geguckt was macht der müller da das ding muss er doch machen deutschland war wirklich hat nicht gut gespielt aber man hätte auf jeden fall ähm ein ich denke ein 1-1 hätte man verdient england war nicht so gut 2-0 war ein bisschen zu viel england war vielleicht ein bisschen besser aber auch nicht viel besser ganz ehrlich mhm hallo schreibt einer bitte wieder um 18 und 19 und 20 Uhr ja schreibt uns doch an auf instagram ihr wisst ja wie wir da heißen christophischel ich schicke euch gleich noch mal den link raus aber nicht jetzt irgendwie mehr wie 6000 followers schon ja da kommen wir gleich noch mal auf zu sprechen habt ihr es gesehen da war der link christophischel auf jeden fall bye bye jogi stimmt 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 wer kommt jetzt rein hansi flick hansi flick genau aber wir sagen es so ein bisschen verspätet aber jetzt sind wir endlich live seid gegrüßt mein name ist jan dauer ich bin heute euer moderator für den abend und ihr habt ihn natürlich schon gesehen euren freundin winston grüß dich wirst du hallo leute hopfer es geht sie geht sie gut soweit ja wir wissen ja der winston er arbeitet hart der impft nämlich die leute im ganzen land also der gibt vollgas hier dass wir bald wieder reisen können und spaß haben können deshalb ist ein gut ab nochmal dafür ähm heute wieder zwölf fragen vorbereitet und zwar märchenquiz heißt rund um uns ums ums um die welt des märchens hat annika übrigens die fragen ausgut also habt ihr problem mit den fragen schreibt annika an und sagt eieiei aber ich finde es ist ein schwieriges quiz aber auf jeden fall sehr interessant und weil es schwierig ist ganz wichtig bis frage sieben ich zeige ihn euch noch mal so gerne den guten alten kollegen den rettungsring könnte bis einschließlich frage sie benutzen und dann könnt ihr geht geht es noch eine weiter automatisch aber nur bis einschließlich frage sieben vergesst nicht die app abzudaten damit immer die ganzen neuen nachrichten bekommen pushfunktion alles dies und das 6000 follower schon bei instagram vielen 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 dank und folgt uns da weiter da können wir ziemlich fragen anregung alles mögliche schreiben wir sind jetzt schon mehr als 6000 dafür bedanke ich mich wirklich sehr sehr gerne münzen geben kurz hoch was haben wir noch wir haben dich um preisport vorbereitet muss ich ja sagen was haben wir preisport ich glaube 50.000 coins und letztes mal haben wir nur acht leute gewonnen wo es man es gab glaube ich da gab es 6000 aus coins jetzt am montag ne stimmt 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 ein paar kleine traurige nachricht vielleicht für euch morgen um 20 30 unsere letzte sendung vor der sommerpause in der innerhalb der sommerpause werden wir gucken was wir verbessern können an der sendung preismäßig zeitmäßig alles und wenn das erlebnis noch besser für euch machen also letzte sendung morgen um 20 30 mit mir machen uns noch einen schönen abend morgen aber heute geben wir gas legen sofort los mit frage nummero eins welche stadt hat dem märchen nach ihre eigenen vier musikanten ist das bremen hamburg oldenburg oder leipzig und der winston der kennt sich gut mit tieren aus sagt mal welche vier tier sind das in wort ich glaube es ein esel und eine katze und hahn genau richtig und ich sehe schon viele richtige antwort im chat leipzig leipzig ist es nicht es natürlich die bremer stadtmusikanten das wussten 4703 leute vor frage zwei gucken uns ganz genau ein bild an ja sieht man so ein schönes knusperhäuschen kein tipp von mir welches märchen ist hier zu sehen der froschkönig hänsel und gretel hans im glück oder rapunzel rapunzel passt ja so ein bisschen zu mir weil ihr schreibt immer ich soll die haare aufmachen lapunzel lass dein haar herunter warum ist das denn passieren ja das passiert nach dem nach der sauerpause ich hoffe ihr seid noch alle dabei rapunzel ist auf jeden fall nicht kann ich jetzt schon so verraten richtige antwort war natürlich hänsel und gretel das wussten 4695 wir haben nur 25 verloren das gefällt mir sehr sehr gut und frage drei machen wir sofort weiter welche dieser verwandtschaftsgrade ist den märchen besonders unbeliebt ist das die stiefmutter die schwester der großonkel oder der schwippschwager jan lass dein haar herunter so kann sein so kann sein schwippschwager was war das man könnte das im chat kurz schreiben ich habe das ich habe jetzt kurz was was ein schwippschwager ist auch total vergessen ja ja schwippschwager grüß rebecca birgit und ganz viele pride flaggen und regenbogen und party emojis finde ich toll richtige antwort ist natürlich die stiefmutter das wussten 4643 leute ihr kennt euch aus schwager des schwagers danke 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 schwiegermütter finde ich eigentlich immer toll war zu mir waren die immer ganz nett hast du eine nette stiefmutter ja habe ich auf jeden fall also ja die waren immer super frage vier machen wir sofort weiter in welchen märchen kommt die pechmarie vor aschenputtel die prinzessin auf der erbse frau holle oder rumpelstilzern alles vier ja ganz ganz schöne märchen würde man sagen ganz bekannt ich habe alle gelesen auf jeden fall lange herne ist schon ein bisschen her muss man sagen ja deswegen ist natürlich in märchen von gebrüder grimm frau holle ist richtig 4100 wir haben ein paar aschenputtel verloren aschenputtel ist doch das mit dem schuh und diesen schuh anprobieren ihr habt richtige antwort war auf jeden fall frau holle 4100 vor frage fünf gucken uns kurz ein video an und die frage hierzu lautet was muss man zum goldesel sagen damit aus diesem goldfeld gibt gold rumpel die pump esel besel oder brickel britt das ist immer schön wenn man ein paar antworten dabei hat wo man wo man wo man so schmunzeln kann gibt gold sagen ja meistens weiß ich gar nicht wer sagt denn gibt gold eigentlich habe ich nicht gehört ich sehe schon sehr viele richtige antworten in ich grüße mal jahre bitte grüße an bruder torsten mache ich esel streck dich wenn er gold nötig hatte brauchte er nur zum esel brickel britt zu sagen das wussten 3.350 leute ihr kennt euch aus ihr kennt euch aus wir haben jetzt schon fast die hälfte geschafft sehr sehr gut ich sage aber es wird noch schwieriger grüße an ringis mache ich frage nummero sechs immer schon da stimmt ja frage sechs kommt hier wie heißt ein märchen von theodor storm der kleine hebelmann der kleine wassermann der kleinen eisbär oder der kleine prinz lasst euch jetzt hier nicht früß an flexi flachs der kleine prinz ist glaube ich ein französisches märchen hat aber nichts mit theodor storm zu tun weil der hat nämlich der kleine hebelmann geschrieben und das wussten da haben wir einige verloren aber ihr könnt den rettungsring benutzen drückt da bloß drauf 1764 wussten das auf jeden fall weil jetzt kommt die letzte frage für den rettungsring frage nummero sieben und da waren wir so ein bisschen im push da haben wir geschrieben tausend und eine nacht und es hat zum gemacht super lied übrigens frage sieben kommt hier welches märchen stammt nicht aus tausend und einer nacht alibaba kalif storch sindbad der seefahrer oder aladdin ein typ gewünschte aladdin ist tausend und eine nacht das sollte man wissen die ersten wissen alibaba ist auch tausend und eine nacht und sehen bei der seefahrer ist auch tausend der nacht deshalb kalif storch das kunstmärchen von willem hauf ist nicht das absatz richtig aber 1400 leute ihr könnt euch aus ich bin ich bin überrascht weil ich habe zur annika gesagt das ding ist sauschwer aber sehr gesagt nennen unsere christelle die können das egal karl frage frage nummero acht kommt hier wer schrieb das märchen des kaisers neue kleider willem hauf gebrüder grimm hans christian andersen oder raffik schami gebrüder geben sollte man wissen dass er es nicht geschrieben haben da kennt man die meisten würde ich mal auf jeden fall willem hauf ist mir jetzt nicht so ein begriff wenn ich habe habe den namen schon mal gehört raffik schami sagt mir zu nichts richtige antwort hier ist auf jeden fall hans christian andersen das wussten die meisten 1219 also ich jetzt nicht gewusst ne ok ich hätte die gebrüder grimm ausschließen können aber ja ich hätte zwischen willem hauf und raffik schami geraten gesagt aber freut mich andersen klar der kleine muck ist das der kleine muck fahren kann auch sein ja vier fragen haben wir noch jetzt kommt frage nummero neun in welches tier wird der bruder in alle nuschka und iwanuska verwandelt böcklein rehlein fischlein teublein grüße an jan mein mann pinkie girl 259 das freut mich sehr alion uschka und iwanuska verwandelt ja ja das hättest du auch nicht gewusst oder überhaupt nicht richtige antwort hier ist auf jeden fall das böcklein das wussten da haben wir einige an rehlein verloren rehlein hat glaube ich fast mit einem anderen und wir haben noch drei fragen also das sieht aus als der dass der pot riesengroß wird mal sehen ob der größer wird wir haben mit am montag super jan grüße an mich ja mache ich doch gerne annika polkus ja habe ich schon gesagt die annika die die sehr sehr gebildet die stellt mir auch manchmal fragen da weiß ich gar nicht was ich sagen soll dann gehe ich einfach weg um zu antworten frage frage nummer zehn kommt hier wer komponierte die märchenkantate das klagende lied josef heiden gustav mahler georg philipp telemann oder franz schubert groß auf mahlern kann man ausschließen denke ich mal schon den namen hat man schon mehrere quiz dabei what is your what is your what is your schreibt einer wilhelm hauf das kalte herz schreibt einer das klagende lied auf jeden fall von gustav mahler geschrieben von 1860 bis 1911 lebte er und das wussten 110 leute mit denen wir in die letzten zwei fragen gehen und jetzt wird es jetzt gehen wir ein bisschen nach nach indien also ich hoffe wir haben ein paar leute die sich da auskennen keine ahnung schreibt einer ja was sind das für fragen welche indische liebesgeschichte wird oft mit rome und julia verglichen ist das her und ranja salim und anna khali bayron mastani shaya han und mundtas mahal das übrigens wird oft ist ja wie rome und julia wird oft bollywood verfilmungen gibt es da also diese indische hollywood und es eine romanze der punjabis halt und das waren herr und ranja 20 leute wissen das uiuiuiuiui gehen wir mit 20 leuten in die letzte frage power girl on floor du bist gegrüßt disney quiz machen wir auch bald noch schreibt uns wie gesagt auf instagram an und ich bin total nervös ich hoffe wir haben heute mindestens einige gewinner weil ich hatte angst vor dem quiz dass dann null gewinnen also letzte frage freunde der sonne aufgepasst welcher französische schriftsteller ist für seine märchen bekannt honoré de balzac albert camus guide maupassant elle charles parrault japp 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 tipps dazu dornröschen und rotkäppchen sind zwei von seinem bekanntesten und die richtige antwort ist ich hätte sowieso nicht gewusst aber hier kommt die antwort charles parrault hat wieder gewonnen wir letzte mal da wollen ja auch hat ja genau zeigt ein paar gewinner und hauen wir den link auch gleich raus 6250 tickets gibt es für sunshine jamika durch stern o.ma karo graf sei aber ist und gäste 36707 96 und morgen machen wir noch mal normales quiz zum abschluss vor unserer sommerpause bin ich hier und freue mich wirklich wenn ihr alle morgen wieder einschaltet und dabei seid und schreibt so ein instagram an wenn ihr wirklich sachen braucht wollt anregungen alles das für nach dem sommer dass wir dann noch mal vollgas geben wie gesagt danke für heute danke winston tolle arbeit macht's gut leute und danke annika auch für die tollen fragen ciao ciao das war jetzt ja wirklich ein schweres quiz ja gut das mit dem hebel mann hätte man noch hinkriegen können aber jetzt diese bollywood geschichte die mit romeo und julia verglichen wird das habe ich noch nie gehört also das fand ich schon das war schon ein recht schweres quiz sind ja auch nur acht leute durchgekommen wie gesagt das letzte mal waren es ja auch nur acht leute das ist ja schon fast ein negativ rekord wie fandet ihr so die fragen hat euch das gefallen fandet ihr das auch schwer oder sagt ihr das ging eigentlich noch ich hätte ja auch mal gerne ein paar münzen damit ich für nichts mal so zwei drei rettungsringe hier habe aber das glück war mir aktuell nicht unbedingt heute muss man halt damit leben und dann würde ich sagen freuen wir uns mal auf das letzte quiz vor der saunepause und dann sage ich mal bis morgen wenn euch dieses video gefallen hat gebt dem video einen daumen nach oben abonniert mich vergesst nicht die glocke zu aktivieren damit ihr immer auf dem laufenden seid wenn ich mal wieder was neues hochlade schreibt mir kommentare folgt auf instagram und sorgt damit dafür dass meine motivation für euch weiterhin videos zu produzieren hoch bleibt ihr wisst ja filme zu produzieren ohne zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal deswegen zeigt mir eure unterstützung ich hoffe dass ihr beim anschauen genauso viel freude habt wie ich beim erstellen dieser videos und condensiert cooling mix heat ое Vielen Dank.